RE Aktuell wird Ihnen präsentiert von den Tannheimer Bergbahnen. Schön, dass du da bist! Ja hallo liebe Zuseherinnen und Zuseher, ich darf euch diese Woche wieder bei RE Aktuell begrüßen und folgende Beiträge haben wir für euch vorbereitet. Wegkreuzweihe bei der Vilser Alm, ÖVP-Bezirksliste stellt sich vor, den Wochenblick sieben Tage außer fern, Auftakt zur 33. Kulturzeit Hohenze und FPÖ-Reute präsentierte die Bezirksliste für die Landtagswahlen am 25. September. Auf dem Weg zur Vilser Alm hat der Krippenverein Vils ein neues Wegkreuz errichtet. Da das alte Kreuz schon sehr in die Jahre gekommen war, wurde es jetzt von einer Schnitzerei von Anton Keller abgelöst. Vor kurzem wurde es in einem feierlichen Rahmen geweiht und Franz Rupprecht war für uns dabei.